so zurück zu dem unteren minenteleporter dass wir dann der hier so und unser haustier rausholen denn die ganzen fledermäuse müssten ja eigentlich wieder da sein irgendwie nicht links ist noch augen ein raum und ausgeleuchtet da möchte noch mal kurz hingucken so genau hier 123 kommt hier jena aus bären könnt doch gar nix und schamane und hier unten haben was hat aufgemacht ich bin davon ausgegangen dass die tür nicht öffnen kann aber gut wir sind jetzt irgendwo beim funkelnden lila ding was zur hölle ist das loch dort sind überall reste von eierschalen drachennest und das ist eine drachenkugel das wäre cool eine art gerät befindet sich in der mitte was ist das wir müssen im bau des großen dünidon sein und dieses gerät beschwört ihn er ist einer der wächter meines lords der die form eines wurms angenommen hat drachen sage ich doch ein wurm ich habe schon etliche würmer zertreten geh weiter tritt ihm gegenüber du musst das gerät aktivieren ist dein körper zermahlen bin ich frei und das echo meines gelächters wird die ganzen buch zu hören sein ja richtig trotzdem ich habe keine wahl und musste wächter gegenüber treten nun wenn er mich in die mangel nimmt kann mich der heilende geist wieder herstellen wenn ich leben zurückkomme natürlich ja das klingt gut ach so vorne meinst du ab charakter ich hätte gerne auf jeden fall mehr konstitutionen haben mehr lebenspunkt ist immer gut ich hätte gerne bögen mehr wollen drachen bogen bekämpfen ist meistens okay kommt auf die fantasy welt an aber fernkampf gegen drachen klingt irgendwie besser als in nahkampf zu gehen so schwert erhöhen wir das immer erhöhen und streitkolben erhöhen weil wir die gepanzerten gegner haben und ich komme ich erhöhe mal trinke so gibt es noch etwas auszuleuchten ja dich und dich und was sind das für komische zwei die das kann man nix machen okay ich nehme mal bogen zur hand hey boss kampf ähm Okay. Lebenspunkte. Das ist ein guter Boss. Erinnert mich so ein bisschen an die Sporenspucke aus Super Metroid. Da kann man sie auch mal... Au, 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 au. Ähm. Nee, dich wollte ich nicht. Ich wollte dich abschießen. Nee, das klappt nicht. Ja, Bogen war eine gute Idee. Oh, der hat sogar eine Lebenspunkteanzeige. Okay, ich brauche... Au, 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 au. Ich brauche erstmal... ...ne neues Leben. Ich dachte, ich wäre weit genug gelaufen. Falsch gedacht. Okay. Zurück. Dahin, da rein. Aber ja, der Boss ist definitiv machbar. Ich muss mich noch ein bisschen geschickter anstellen. Ja, ähm... Sind wir überhaupt richtig? Oh, haust du raus. Au. Ähm. Ja, hier sind wir richtig. Warum haust du mich von... ...doof ist, garstig ist... Au. Ja, nee, so wird das nix. So. Aha. Der wundert sich auch, warum ich andauernd hier auftauche. Aber so leid, wo ich wundern. Ich will überleben. Also, links rum. Hoffen, dass der Ork tot ist. Hopps. Hopps. Nicht machen. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass er hier rüber springen kann. Au. Nein, unser... Froschding ist tot. Froschding ist nicht mehr auswirbbar. Er war echt praktisch. Na gut, hilft nix. Also ja, man kann wahrscheinlich einfach neu laden, aber... Nö. Ich war unvorsichtig, ich muss drunter leiden. Ist okay. So. Hoch da. Dich an. Dich an. Ja, das kennen wir schon. Dich an. Dich an. Dich an. So. Haben wir noch einen Regenerationstrank? Nö. Wir haben einen Stärketrank. Bringt uns allerdings nichts. Bräuchte irgendwas für besser Bogen schießen. Trank der Fallen in Deckung. Nö. Das bringt uns auch nix. Uga-Stärke. Erhöht deine Stärke und macht so deine Angriffe effektiver. Das wird bestimmt nur für einen Lagerkampf-Angriff gezählen. Wäre komisch sonst. Rolle der Nahkampf-Meisterschaft. Rolle der Hitze-Aura. Er zählt eine Aura um den Anwender. Das klingt immer gut. Schnelltasten zuordnen. Fünf. So. Bogen wechseln. Weglaufen. Gleich Tab drücken und ihn antackern. Dö, 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 dö. Warum machst du jetzt schon das? Du bist ganz schön da drin. Ding. Ding. Oh, warte, man macht jetzt schon fünf? Wie kriegt er ja... Ja, kriegt Schaden. Sehr schön. Kriss das. Oh. Okay, jetzt kommen die Kleinen. Also, gratis Lebenspunkte. Äh. Sollte vielleicht doch zwischendurch auch auf ihn schieben. Zu spät. So, wo kommt er jetzt raus? Wieder in der Mitte? Rüstung schäle ich nicht. Da kommt er. Okay, Bogen raus. Ich hätte gern dich als Ziel. Und stell mich hier hin, wenn du Schaden bekommst. Ich hoffe, er wischt mich nicht. Wow. Okay. 35 Pfeile noch. Ich sollte vorsichtiger sein mit den Pfeilen. Und Hitze auch was weg. Schade. Ding. Er ist auf 60% rum, würde ich sagen. So. Das ist mir egal, was du spuckst. Ich schieße auf dich. So. Schwer draus. Jetzt müsste er eigentlich irgendwo random wieder auftauchen. Da müssen wir so stehen, dass er uns nicht... Soll uns mit dir hinstellen. Das ist nämlich schon mal viel zu nah. Ja, richtig. Da kann er uns immer wieder... Oh, das ist richtig knapp. Ich kann mich nie nach links drehen. Sobald ich mich nach links drehe, erwischt er mich. Okay, einfach hier warten. Noch ein Heiltranschlucken. Bo, vielleicht? So, weg hier. Soran verkauft. Ja, danke. Danke für diese Information. Das war sehr nett von dir. Kann mich loben. So, ich würde gerne... ...dich anvisieren. Warum kann ich meinen Bogen nicht... Ah, okay. So, jetzt lass mich da vorbei. Lass mich da... Das ist irgendwie... ...nicht sehr... ...weiß nicht. Ja, 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 komm. Jetzt vielleicht? Nein. Komm schon, buddel dich wieder ein. Oh. Ja, 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 ja. Ah, das ist weiter weg. Oh, oh, oh. Was macht mir da noch Schaden? Ah, okay. Nee, das wird so nix. Dann brauchen wir mehr Ressourcen für. Ähm. Ja, das merken wir uns einfach. Da unten ist der Endpost. Den könnten wir mal angehen, aber... ...sollte man nicht unbedingt. Haben wir die Puppe jetzt noch? Okay. Dann gehe ich jetzt noch mal zu den Mädchen. Frosch haben wir inzwischen auch wieder. Okay. Äh, wir gehen jetzt noch mal zu den Mädchen... ...und geben wir jetzt noch eine Puppe. Mal gucken, was sie dazu sagt. Wird das ja irgendein Secret oder so? Äh, so. Speer. Und diese Nachricht, die aufgepoppt ist... ...mitten im Bosskampf... ...hat irgendwas gesagt von der Wiederbelebungsrolle... ...für Haustiere. Schon mal ganz praktisch. So, Mädchen. Du kannst nix. Hm. Schade, wäre ein lustiges Gimmick gewesen. Aber gut, hops. Au. Stirb, stirb. Jetzt gucken wir mal nach rechts. Was hier oben so ist. Licht und... ...kein Licht. Haha. Nimm das und das und das und das. Und Licht an. Oh, 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 oh. Er hat sich aber geheilt. Wenn du jetzt kein Herzchen droppst, dann... Oh, oh. Haha. So nicht. Klopp. Okay. Wen zuerst? Den Zauberer, der sich heilen kann? Oder den Krieer, den wir wenigstens down kriegen? Zauberer. Wow. So. Nochmal heilen. ...dolch mitnehmen. Äh. Ist hier noch irgendwo Licht? Ja, da ist Licht. So, da kommen wir her. Okay. Licht. Stirb. Das ist da oben, ist doch der Händler, oder? Sieht ein bisschen so aus. Trank der Grinning Heilung. Zwei Stück. Oh, sehr schön. Dich nochmal anmachen. Dich mitnehmen. Und einfach da... ...oh. Oben raufhopsen, wollte ich sagen. Jetzt aber. Jo. Wo ist denn dein Neonschild geblieben? Ah, groß und stark. Du bist ein guter Kandidat. Kandidat? Wofür? Weibchen zu schwängern. Weibchen zu schwängern? Gut. Haha. Er hat dich wohl mit einem Deckengst verwechselt. Es ist die Paarungszeit dieser stumpfsinnigen Kreaturen. Die Weibchen sperren sich in ihre Schlafkammern ein, während die Männchen drum kämpfen, der Alphamann zu werden. Welch ein Zufall, dass dein Champion darauf wartet, für die Ehre zu kämpfen, das Horgan zu tragen. Horgan? Oh gut. Das Horgan? Das Horgan ist das heilige Totem der Fruchtbarkeit dieser bedauernswerten Kreaturen. Es ist jämmerlich. Der Hengst zeigt es dem brünstigen Weibchen und sie werden verrückt. Wie du dir denken kannst, ist eine lächerliche und erwärmliche Vorstellung. Ich verstehe. Und der Typ dachte, dass ich hier ganz rollig die Weibchen beglücke? Hihi. Haha, wie törig sie sind. Ja, haha, wie dämlich. Ich einen Haufen Mädchen nageln und auch noch kostenlos. Wie verrückt. Haha. Wirklich sehr dumm. Was zur Hölle ist das für ein Dialog? Du solltest auf die Enttäuschung in seinem Gesicht achten, wenn du die Einladung ablehnst. Fremder, akzeptierst du die Herausforderung? Natürlich, wo sind die Weibchen? Gehe durch die Tür und hinunter. Aber was? Warum diese Lügen? Das ist keine Lüge, Alter. Ich hole mir dieses Totem und werde etwas Spaß haben. Was? Wieso? Das macht keinen Sinn. Warum tust du das? Weil ich geil bin, okay? Ich bin heißer als ein Toaster. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuerst Sex hatte. Außerdem, das ist eine Chance auf Sex, kostenlos und mehreren Mädels. Äh, mit mehreren Koppeln-Mädels. Aber okay. Aber sie gehören nicht einer Rasse an. Sie sind Monster. Ausgeburten der Nacht. Was für ein verkommenes Geschöpf bist du eigentlich? Äh, ich sehe, du hast noch nie den Spruch Ein Loch ist ein Loch gehört. Oder Hauptsache zappelt und ein Loch im Pelz. Hehe. Ich werde meinen Spaß haben. Zum Angriff. Okay. Ähm, 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 ähm. So, da ist noch. Ich soll schon treffen. Au. Wow, 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 wow. Heiltank. Du brauchst zu lange, um Heiltank zu trinken. Und du bist tot. Hm. Ich glaube, den soll ich gar nicht umbringen. So, du kommst mit. Du kommst da hoch. So. Das probieren wir gleich nochmal. Aber diesmal versuchen wir gar nicht erst, ihn umzubringen. Obwohl sie wahrscheinlich alles einfacher machen. Okay, wir gucken erstmal, wie er läuft, wie er weiter weg ist und wo wir ausweichen können. Und dann versuchen wir ihn irgendwie hinterrücks umzubringen. Und wenn das nicht klappt, dann probieren wir es mal mit dem Ausweichen. Aber erstmal einen kleinen Cut. Also bis gleich. 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 Vielen Dank.